THQ Nordic Piranha Bytes Alex Ja, wie schon angekündigt, ich habe mir jetzt wirklich Alex geholt Das neueste Spiel von den Piranha Bytes Studios Warte mal, die heißen glaube ich gar nicht, oder heißen die Piranha Bytes Studios? Ich weiß nicht, auf jeden Fall Von den Entwicklern, Piranha Bytes Kann man auch sagen Also das Piranha Bytes Studio geht glaube ich auch, weil das ist ja ein Entwicklerstudio Ich muss, auch wenn die Musik gar nicht mal so schlecht ist Der noch vor allem, die Musik aus Stärke Oóóóhhh, das ist ja erschreckt Oder die Auflaussstärke Ok, hilft trotzdem nichts aus, die Musik aus Stärke Ich würde sagen 50 reicht Naja, jetzt sagen wir 40 das reicht Nichts gegen eure Musik, wir haben aber jetzt noch nichts, zumindest Ist nur so, sie ist gerade wirklich ganz schön Hi Post AA Achso, okay Tiefung und Scherpe Na gut, ich lasse es mal an Das ist immer so eine Sache eigentlich, weil da Tief und Scherpe war, ob man die anweist oder nicht Objekt reich weiter Ultra Ultra So Ist alles hochgeknallt zu sein Immer schön die Grafik hoch Nein Ja, ich hoffe das eigentlich nicht Gute Grafik spielen können Ich überlegen, ob ich das auf 30 schaue Ich hoffe 40 geht schon Die Musik ist ja nicht immer so laut wie sie jetzt ist Hoffe ich zumindest mal Wir haben keine Untertitel Gib mir Untertitel Status Anzeige Radar Out Tipps Von mir aus Tutorial Fokus hervorheben Nein Gegnerstufe Mag ich auch nicht haben Ähm Missionsanzeige Mag ich auch nicht haben Konsequenzen Anzeige Konsequenzen Anzeige Was denn auch heißt das Ich würde natürlich Das hier auch gerne Ausschalten Ähm Ja Ja Das Konsequenzen Anzeige Kann ich mir ja schon denken was das ist Ähm Ja was dieses muss angeht Kann ich mir ja teilweise auch schon denken Ereignisse Wobei er Ereignisse anzeige Kann ich mir nicht so gut denken Entweder dies oder das Denke ich mir da Ähm Die Gamma haben wir schon Gemacht Wie man sieht Das LX hier Das habe ich genau so gemacht Bis das Logo gerade noch so sichtbar ist Habe ich dann auch so angenommen Ähm Ja wie gesagt LX ist das neueste Spiel von dem P&R Bytes Vom P&R Bytes Studio Ähm Diesmal vom Publisher Die ähm THQ Nordic Das sind ja sozusagen Das muss ich jetzt Ähm Mal erklären Wie das ist Erstmal war der P&R Bytes bei Jowoth Ähm Die haben dann übelsten Scheiß gemacht Könnte man sagen Wobei Na gut Vielleicht war Koffe 3 nicht nur alleine Jowoth schuld Aber mit auf jeden Fall Ähm Und haben danach eben auch noch Noch größeren Scheiß gemacht Die haben dann noch Götterdamme rausgebracht Ein verdammtscheiß Addon Wo sie ähm Ein Entwickerstudio herangesetzt haben Was ich überhaupt Damit gar nicht auskennen Kannte Dann haben sie Gothic 4 Bzw. Arcania Ausgebracht Sie haben es Arcania Gothic 4 genannt Ich hätte es bei Arcania El Gothic 3 Oder einfach nur Arcania Belassen Die Lore hätte Na gut Die Lore wäre trotzdem Mit die gleiche gewesen Aber man hätte auch eine andere Lore machen können Das wurde von Spellbound entwickelt Die sind unter anderem bekannt für Ich glaube irgendwie Esperado Adventure mäßige Spiele Und solche Sachen Ich kenne jetzt Spellbound nicht ganz so sehr Sorry Über die kann ich das wenig sagen Waren allerdings auf jeden Fall nicht ganz so kurke Wie ähm Das Entwicklerstudio Was sie für die Götterdamme Also Gothic 3 Götterdamme Also Gothic 3 Götterdamme Eingestellt haben Oder An Das Entwicklerstudio Was sie an diesen Titel An den Addon Von Gothic 3 herangesetzt haben Wobei ja eigentlich Gothic 3 sozusagen Schon die Gothic 3 abschließen sollte Zumindest Ähm Von Piranhas Sicht aus Vielleicht nicht über die ganz abschließen Und wenn dann hätten sie auf jeden Fall Noch in eigener Zeit selbst Nehmen wir mal Das wäre Gothic 3 Ähm So trauen sie sich ja jetzt überhaupt nicht mehr ran Weil Ich glaube die Piranhas haben teilweise schon auch Wobei Ob sie das zugegeben haben Weiß ich jetzt nicht Aber auf jeden Fall haben auch schon viele andere gesagt Das eigentlich die Gothic 3 Die Schutzen wie die Totes Durch Götterdamme Und ähm Gothic 4 eben Das wird ja auch gerade Erkenäher Ähm Und ja Deshalb haben sie sich bisher nie an Weitere Gothic 3 angesetzt Und ich muss auch sagen Eigentlich hat Gothic 3 ein gutes Ende gefunden Gothic 3 Xaaldas Ende Mal 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 Am besten Nicht unbedingt irgendwie alles Von den Orksfreien Und Nordmahl komplett befreien Und sowas Am besten einfach wirklich alles so Zwar die normalen Levenquests Und so weiter machen Aber Das andere alles Mal und mal nach so lassen wie es ist Damit man eben sehen kann Wie sich das entwickelt Sozusagen Vielleicht ein paar Städte von den Orks Befreien Damit die Rebellen nicht ganz so In der Unterzahl sind Würde ich jetzt sagen Aber Ja gut Jetzt habe ich schon wieder ein bisschen gespoilert Zum Beispiel Das Gothic 3 mehrere Enden hat Aber gut Ich glaube jeder hat bisher Jetzt schon Gothic 3 gespielt Oder auch die anderen Gothic Spiele Oder zumindest fast jeder Der zumindest Alex sich jetzt dann hier anschauen wird Bei mir Beim Stream Oder ähm Im Video dann Weil ja Auf Youtube Auf Youtube Auf Youtube Ähm Und ja Nach Schurwut Also Nach den ersten Teil Gothic Teilen Die noch von Pyriane Balzenvegetoren Ähm Waren Und dem Ador natürlich Zu Gothic 2 Also Gothic 2 Die noch das Rahmen Ähm Sind sie dann Also haben sie sich dann gelöst Von Schurwut Oder Schurwut Aber ich glaube eher Schurwut Weil Ist ja Wut sozusagen Schon gut Ähm Und Sind glaube ich erstmal bei Deep Silver untergekommen Ja ich glaube Deep Silver war der Publisher von Risen Und ich glaube auch der ganzen Risen Reihe dann Da haben die dann auch 3 Risen Spiele gemacht Risen 1 war Ich sag mal kein Also War für eine deutsche Studie schon ein Erfolg Es war jetzt ähm Natürlich jetzt nicht so ein großer Erfolg Wie irgendwie im Triple-A-Titel oder sowas Aber Die Gothic-Fans mochen's Ich kann's verstehen Ich hab's schonmal ähm Glaube ich ein Kommentar zu Risen In anderen Videos abgegeben In Divinity zum Beispiel Oder ich glaube auch schonmal im Techno-Monster vielleicht Oder in anderen Videos von mir Ähm Risen war sozusagen Für mich Ein Gothic 2 Ohne das Adorn Es klingt jetzt vielleicht ähm Es klingt jetzt vielleicht ähm So als würde ich Wissen schlechter sehen als Gothic 2 Dennoch das Daten Sehe ich nämlich auch Ich sehe es ähm Ungefähr gleichwertig wie Gothic 2 Vielleicht sogar noch ein wenig schwächer als das Standard Gothic 2 Aber trotzdem Von den Quests und ähm Also von Dem was man zu tun hat Ja sozusagen Noch etwas über Gothic 1 Aber nur etwas Also wirklich auch noch etwas über Gothic 1 Ähm Weil Gothic 1 haben dann am Ende einfach die Quests Meiner Meinung nach gefehlt Die Nebenquests 2 Auch wenn ich mal sagen muss Dass es da eine verdammt generelle Nebenquests gab In dem einen Turm dort in Gothic 1 Im Nebelturm Ähm Was man so Nicht mehr ganz In einem anderen Piraner Beiß Oder zumindest in einem anderen Gothic Nicht mehr so ganz hatte Finde ich zumindest Ähm Aber trotzdem Hatten bei Gothic Hatte bei Gothic 1 am Ende dann Je mehresrichtung Hauptquests Also je weiter man die Hauptquests gemacht hat An Quests gefehlt Und das ist Versteht mich nicht falsch Klar Man würde dann noch fragen Wo sie wissen wie die Hauptquests weitergeht Weil das Das ist gar nicht mal so eine schlechte Hauptquests Die nächsten Hier Piraner Beißstar In Gothic 1 Meiner Meinung nach auch getuscht hat Weil es eben auch noch Eine Art Kleinen Clot-Twist gab Zumindest für die Leute Die Gothic 2 nicht Davor gespielt haben War es ein Clot-Twist Also für die Leute die Mit Gothic 1 angefangen haben Für mich war es deshalb kein Plot-Twist mehr Ich wusste schon dass der Ähm Den man spielt Den Schläfer sozusagen Verwandt und dass der Schläfer Ähm Irgendwie scheinbar eine Art Dämonen Dämonen Wesen oder auf jeden Fall Irgendwas Glösartiges War Habe ich am Das ist wirklich Zwei Das ist dann schon gesehen Dennoch Ähm Muss man auf jeden Fall Muss man auf jeden Fall Die Gothic 1 Story zugute halten Und die war meiner Meinung nach Auch immer noch besser ist Die Risen Story War ich nicht weit Wurde ich jetzt ehrlich sagen Also die Hauptstory zumindest Dafür wiederum War das Gamefigur Wesen 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 Meine Wesen hat Wesen Ent Ю Wesen 希 Wesen zu hebeln also es war nicht unmöglich jemanden weg zu hauen wenn also ein npc dann die ganze zeit dauer plockt vor allem da die ja hin und wieder auch mal angegriffen haben manchmal konnte man einfach dann schneller zu hauen gegebenenfalls so die wüssen reihe haben sie dann eben bei deep silver gemacht wüsse 1 habe ich noch gespielt wie gesagt wüsse 2 habe ich nur die demo gespielt die hat mir nicht so wirklich gefallen das kampfsystem fand ich einfach wirklich das kampfsystem von wüsse 2 war ich hoffe dass das kampfsystem von alex besser ist auch wenn ich schon gehört habe dass das kampfsystem ähnlich wie die wüsse 3 sein soll bitte liebe entwickler habt es ähnlicher wie wüsse 1 gemacht und nicht wüsse 2 oder 3 ich werde es dann wohl vermutlich gleich sehen und ich hoffe immer noch aber gut ich kann auch über ein schlechtes kampfsystem oder nicht so gutes kampfsystem hinwegsehen sagen wir mal hakeliges kampfsystem hinwegsehen wenn das andere natürlich gut ist oder sehr gut ist mal sehen natürlich vergleiche ich jetzt so ein rpg was ja mehr action rpg ist schon fast nicht mit einem taktik rpg wie divinity gibt es überhaupt die eigentlich c rpg wie divinity divinity ist eher ein c rpg als wirklich taktik rpg auch wenn man da ein wenig taktisch sein muss natürlich ich weiß es hier haben nicht wie es ihr wisst wie ich es meine ähm so ja ich weiß ihr wollt das eigentlich sehen aber ich gebe immer gerne mal erklärungen da was die entwickler also wenn es keine komplett neue entwickler sind was die schon mal gearbeitet haben und so weiter und so fort dann hatte man in wissens 2 quasi das piraten setting auch noch ein bisschen weiter ausgebaut ähm in wissens 1 gab es eben noch keine schusswaffen zum beispiel ja da gab es eben noch armbrüste bögen handwaffen zwei handwaffen äxte und so weiter schilde das gab es in wissens 2 soviel ich weiß zumindest soviel ich aus der demo her weiß nicht mehr da gab es zwar noch einen trick sozusagen also der trick ist sozusagen eine fähigkeit die wir einsetzen konnte wo man so eine art kleiner armbrust hervorgeholt hat mit der man einen schuss abgeben konnte das war so sozusagen eine art einhandarmbrust aber für mich war das eben keine wirkliche armbrust deshalb freue ich mich hierauf hier so das armbrust zu geben steht zumindest immer einfach im internet das mache ich jetzt zwar bei den spieler oder auf der offiziellen seite glaube ich auch wobei ich sage jetzt dass ich ganz weiß ich werde auch noch ein bisschen zu alex gegebenenfalls sagen und zumindest von dem was ich noch einigermaßen weiß aber das meiste befasst dann bestimmt das intro auch schon zusammen wie gesagt müssen zwei sind zu tief für uns piraten setting eingegangen es wurde karibischer die monster eben auch mehr piraten mäßig kraft gab es glaube ich als monster zwölf ungeheuer was gab daneben schusswaffen als musketen das gesagt auch pistole glaube ich auch als trick sozusagen einsatz wenn ich mich recht entsinne es wird sogar ein bisschen lauter musik ja nicht gerade aber ich verpöre einfach mal vor mir hin weiter ich hoffe ich bin laut genug mit meinem mikro so was noch was naja so zeigen nicht der magie hatte man eben oder hand von google magie so zu sagen den müssen zwei nicht mehr so wirklich richtige magie wie es noch ein bisschen eins gab müssen drei hat man da wieder dahingehend wenig geändert wieder ein wenig mehr in die richtung mittelalter gepackt trotzdem noch relativ piraten mäßig auch ein wenig gehalten also sozusagen eine mischung aus mittelalter piraten mäßig da gab es neben auch wieder drei gruppierungen denen man sich anschließen konnte man hatte auch einen neuen helden interessanterweise und bis in zwei gespielt nicht mehr genau so bis in 1 bis in zwei das ist zum beispiel ein kleiner twist könnte man schon fast sagen gewesen die magie war dann auch so dass es es gab es nur noch hudo magie wenn man sich wieder den eingeborenen angeschossen hat die es schon bis in zwei gab aber es gab eben auch andere magie also so eine art richtige magie sozusagen und die kämpfe waren glaube ich auch wieder doch wohl dann ein bisschen besser gemacht worden weil es sogar mehr waffen auswahl gab also müssen zwei war das mehr eben wirklich auch fechten und so weiter ausgelegt müssen zwei hatte man dann eben auch wieder hammer glaube ich als waffen und so weiter ob es da auch schilder gab weil ich nicht habe es nicht gespielt werde ich aber auf jeden fall irgendwann noch mal spiele ich gewissen drei spiele wenn ich habe ich dir sogar vor grafik spiele oder dann aber vielleicht mache ich das wirklich so erst das neueste ähm alex quasi dann das neuere wissen natürlich von wirsten 1 dann nicht dass ich von wirsten 2 2 1 anfange das macht die story glaube ich keinen sinn ähm und dann ähm die goffig reihe ja ich glaube das klingt gar nicht mal so schlecht ist natürlich die frau ob ich das durchgängig mache mal schauen ich habe auch genügend andere sachen zum beispiel hier technomancer ich muss unbedingt noch technomancer zu einem gesperrung und dann fehlt mir da aber wenigstens lust nicht weil die story irgendwie scheiße ist sondern weil also die code story von na gut das kann ich dazu technomancer mal irgendwann später nochmal sagen sorry muss auch schlösserchen so und dann ist piranha bald scheinbar wieder von deepsilver auch irgendwie weggegangen ich weiß nicht ob es da scheitigkeiten gab oder ob einfach dann es schon zu ende war oder wissen nicht genug eingebracht hat die ganze wissen reihe kann ja möglich sein dass sie deshalb dann nicht mehr dort unterstützt worden und sind zu thq nordic gegangen so jetzt will ich auch mal ein bisschen was zum publisher sagen thq nordic hat sich aus also thq kennt man haben schon einige bekannte spiele damals rausgebracht darksiders, darksiders 2 lol und mehr fallen mir momentan wirklich nicht ein auf anhieb aber das sind zum beispiel solche spiele die thq rausgebracht hat ähm so und dann ich merke schon wie lange erzähle ich jetzt hier eigentlich schon oh man das ist schon okay ich beeile mich mal ein bisschen ihr wollt ja bestimmt auch ein bisschen gameplay sehen und story und bait einfach gameplay ähm und thq hat sich dann also bzw da gab es nordic games nordic games ist glaube ich irgendwo von worden denke ich jetzt mal ich weiß nicht ob norwegen oder dänemark oder so habe ich nicht kauft sagt einer der namen schon dass es irgendwo nördlich angehauft ist ähm die haben außerdem auch ein paar leute vom ehemaligen publisher showwood mit dabei so zu sagen wo sich sogar daraus entwickelt das werde ich jetzt aber nicht achten aber ich glaube er sich teilweise mitentwickelt und teilweise einfach welche sich geholt von showwood oder haben welche von showwood dort angefangen nur eben nicht die oberste abteilung sozusagen ähm und thq oder so und daraus hat sich dann irgendwann haben die sich das dann so gesagt gut lolly games hat ähm doch mehr als genug gemacht und wir wollen jetzt oder ähm größere dinge rausbringen Alex ist das zum beispiel eines der ersten großen dinge die sie rausbringen wollen also der ersten großen größeren spieler wieder ähm dann auch darksiders 3 zum beispiel was schon angekündigt worden ist also die darksiders 3 wollen sie weiterführen zumindest bis zum vierten reiter sage ich jetzt mal der ja noch ähm also es gibt ja vier apokalyptische reiter na gut das ist darksiders eben hm auf jeden fall sie wollen noch den dritten teil von darksiders dann auch noch rausbringen unter dem namen natürlich auch gepublished thq nordic und ja thq nordic ist dann sozusagen also der name von nordic games ist umgeändert worden zu thq nordic da wusste man dann oh ok da sind welche von thq drin und eben nordic games und nordic games hat eben auch ein bisschen und ja die haben dann quasi piranha beiz unterstützt eine komplett neue marke wieder erstmal zu machen ist es die frage ob es davon dann nachfolge geben wird von Alex aber mal sehen und nun zu Alex um das mal zu sagen ihr seht ja schon hier ähm gewehr eine art sci-fi torm sogar schon so metallmäßig und Eis natürlich im hintergrund auch hier aber auch normale holzhütten höh was ist denn da los und natürlich schöner weit war ich ein bisschen schlecht wollte ich jetzt sagen dieses artwork hier ähm und Schwert und eher eine ähm kämpferische krierische mittelalterlich angehauchte Rüstung oder auch antike angehauchte Rüstung aber hier übel ist das cyberzeug wie passt das zusammen das ist jetzt eine gute Erklärung ich würde ja jetzt sagen gleich mal steampunk kann ich aber nicht weil steampunk ist ähm dampfmaschinen und so weiter und das ist jetzt schon mehr Richtung cyber eben cyberpunk mäßig aber kann man eben auch nicht sagen weil das eben nicht so wirklich dieses punk thema hat deshalb kann man eben wirklich sagen es ist ein sci-fi fantasy rollenspiel so wie Piranha Bytes das nämlich auch gesagt hat es hat sci-fi aspekte mit drin fantasy aspekte und daraus wurde ein rollenspiel gemacht und durch die fantasy natürlich hat man dann auch ein wenig ich kann jetzt nicht unbedingt sagen Mitte alter das klingt nicht gut weil eigentlich ist die Welt ja nicht mehr in der Mitte alter zeit sozusagen gut die eine gilde will wieder mehr mit der natur zusammen leben und so weiter gut also die eine kopierung besser gesagt nicht gilde ja oder fraktion aber eigentlich würde ich das wirklich eher als sci-fi fantasy rollenspiel bezeichnen das heißt es gibt auch magie es gibt aber eben auch hohe technologie wie zum beispiel solch ein gewehr es gibt keine ordentlich einfache schusswaffengewehre es gibt dann auch energiegewehre und so etwas granatwerfer gibt es auch raketenwerfer gibt es es gibt aber eben auch armbrüste bögen schwerter wie man sieht schilder gibt es auch es gibt zwei berüstungen es gibt eher solche rüstungen wie gesagt magie gibt es auch in verschiedenen formen und das andere ist kommt durch das schöne Material Alex was man auch als Tor gewinnen kann ach so jetzt habe ich mal erklärt was Alex eigentlich wo ist Alex ist eigentlich nur eine ressource soviel ich weiß nicht der name der spiel der welt oder so etwas aber Alex ist eben ausschlaggebend für das spiel und das hat eben auch der name Alex ähm wo er dann quasi gewählt weil wie soll ich das denn jetzt erklären weil es auf jeden fall um das Alex geht es geht quasi um diese ressource um das material Alex sozusagen das kam nicht ähm auf natürliche weise irgendwie wieder mal vor in der welt das ist glaube ich oder soll glaube ich durch ein bisschen auf die welt gekommen sein und dadurch konnten die dann eben sich technologisch weiterentwickeln allerdings auch ähm geisteszustands mäßig geben also könnten dann noch durch Alex mit Magie wirken ähm oder eine Art Magie vielleicht eine Art Zeil Pfeil Magie sowas für die Macht ungefähr aus Dingsbums vielleicht auch richtige Magie wie jetzt Feuerwelle erschaffen und sowas das weiß ich jetzt noch nicht und ja da habe ich dann eben auch Gruppierungen gebildet nachdem der Meteorit dann sozusagen eingeschlagen glaube ich ist ich glaube das war überhaupt Meteoriten oh letztendlich haben die Sollen besser gerne das wollte ich jetzt nicht also wie ich ähm weiß soll das solche Meteoriten auf die Welt gekommen sein und die streiten sich eben auch um das Alex und so weiter und so fort und das sieht man allerdings eigentlich schon im Spiel ähm es gibt drei Fraktionen die man sich anschließen kann im Gesamt für das eigentlich vier Fraktion der einen gehört man na gut ich will nicht zu viel spotten deshalb sage ich jetzt ähm ich gehe nochmal hier rein na gut passen wir erstmal noch an ich hoffe einfach dass ich das wirklich ähm später auch nochmal einstellen später auch nochmal einstellen später auch nochmal einstellen später auch nochmal einstellen kann es gibt leider gar keine Schwierigkeitskarte oder gibt es einfach wirklich keinen Schwierigkeitskarte frage ich mich jetzt hm werden wir gleich sehen neues Spiel ach so leicht normal schwer und ultra ich ähm weiß von Gothic 3 auf jeden Fall noch auf jeden Fall war sogar teilweise noch auch Richtung Mid-Game und auch Richtung End-Game aber mit allem auch wird es recht schwierig ähm von Gothic 3 weiß ich allerdings dass normal verdammt einfach war deshalb würde ich jetzt weil ich jetzt hier sehe das ist ja insgesamt sogar vier Schwierigkeitskarte gibt würde ich mal schwer nehmen der Planet Magala unsere Heimat vor 160 Jahren wurde sie durch ein Meteoriteneinschlag fast vollständig zerstört doch es gab Überlebende die sich aus den Ruinen der alten Welt wieder neu erhoben die Schwachen flohen in die Wildnis wurden größtenteils dezimiert oder versteckten sich hinter dem Schutz der neu formierten Gemeinschaften die Staaten kämpften um die knappen Rohstoffe und Waffen die die alte Welt ihnen hinterlassen hatte doch der Meteor brachte nicht nur Zerstörung auch ein neues bisher völlig unbekanntes Element kam auf unsere Welt Elex es verlieh den Menschen unglaubliche Macht und die Fähigkeit übermächtige Technik zu entwickeln und viele Arten von Magie zu wirken doch das hatte seinen Preis Elex in seiner reinen Form führte zu Degenerationen der vegetativen Systeme des Körpers diejenigen deren Geist stark genug war konnten diesen Verfall überwinden und wurden zu emotionslosen und synthetischen Abarten der Gattung Mensch sie nennen sich selbst die Alps es dauerte nur wenige Jahre bis die Alps stark genug war um den Rest der freien Menschen zu jagen und ihre Existenz zu bedrohen seither führen wir einen erbitterten Krieg gegen ihre Ausbeutung und Tyrannei einer der alt ein aufstrebender und siegreiche Feldherr ist der effektivste unter ihnen wir nennen ihn die Bestie von Xarkor den Namen habe ich mir jetzt nicht gemerkt von dem Planeten sorry ok jetzt schweig ich erstmal was 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 war war Was ist das? Das war's für heute. So erfüllst du also deinen Auftrag. Du kennst unsere Direktive. Du weißt, es gibt nur eine Konsequenz für dein Versagen. Du weißt, es gibt nur eine Konsequenz für dein Versagen. Da würde ich jetzt teilweise sagen, es hat sogar ein wenig was von Gothic 1 der Anfang. Außer, dass das Willkommen im Lager fehlt. Ja, hier habe ich jetzt mal schon so etwas gesagt. Ich glaube, hier konnte ich jetzt schon mal so etwas sagen. Wir haben natürlich einen Hut. Ich glaube, das ist ein Ort, dass ich hier das Hut angezeigt habe. Wir haben Ausdauer. Okay, hier gibt es Ausdauer wieder. Wir haben auch zwei Heilzeilen gescheinbar. Ich muss sagen, das Menü sieht wirklich eher einfach nur der Praxis aus. Das soll natürlich auch technologisch eben sein. Das ist ja teilweise auch technologisch, muss ich jetzt sagen. Okay, also es gibt hier eine dicke Waffe. Es gibt auch wieder zwei dicke Waffen. Das finde ich gut. Das sind Gewehre, wie man sieht. Schwere Waffen. Magie und Munition. Ich weiß nicht, wozu dann irgend 10 und so weiter. Das werde ich dann sehen. Momentan haben wir eine Eisenstange. Einwandwaffe. Wert? 20... Credits? Taler? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich würde jetzt nicht einfach sagen Gold. Wenn ich nicht weiß, was das hier für eine Währung sein soll. Schaden 20. Es hört sich nicht viel an. Allerdings wenn man bemerkt, dass ein schwerer Ast mal auch 10 Schaden macht. In Gothic 2 oder Gothic 2 den Nachtesrafen. Nein, wollte ich es besser schon. Obwohl man nur Stärke 10 braucht. 30 Schaden. Es ist nicht viel. Das ist ein paar übrigen Stärke 10 und auch Konstellation 10. Das heißt, wir haben mehr Astgute als nur Stärke und Geschick. Hm. Die Stufe Waffe ist besser als nichts. Mal recht. Kleiner Heiltank. Das hier ist... Das sind Waffen und das sind Gegenstände, wie man sieht. Ach, Alexid. Heißt die Währung scheinbar. Okay. Ähm. Keine Heils mehr geben. Wert 10. Gesundheit plus 40. Sicherheit. Keiner Bebunden. Wie gesagt, das ist wirklich eher zweckmäßig gemacht. Das ähm. Die Gegenstände hier im Menü zumindest. Stims gibt es auch. Also sowas wie Stim Packs. Das ist sozusagen sowas wie ein temporärer Buff, glaube ich. Zumindest ist es sonst so. Bei anderen Spielen. Zum Beispiel bei den ähm. Marine Soldaten von ähm. Marine Soldaten. Hm. Bei den Space Marines von StarCraft II. Ich habe jetzt die Mund so fussig geredet. Da muss ich mal was trinken. Nahrung. Steht vor Trinken. Ich denke mal, unsere Nahrung wird Essen und Trinken aufgezählt sein. Pflanzen. Sowas wie die Heilpflanzen, die ich da schon gesehen habe. Werkszeugung und Schlüssel eben. Hm. Das kann ich selbst erklären. Materialien. Auch selbst erklären. Das gibt hier nämlich auch im kraftigen System. Gab es jetzt schon in Graphic 1. Auch in Graphic 1 nur noch nicht sehr weit ausgebauter Schmieden. Muss man jetzt sagen. In Graphic 2 wurde das wesentlich mehr ausgebaut. So wie das Spielen als auch Runen herstellen. Und Alchemie. Und vielleicht sogar noch was. Weiß ich jetzt nicht gerade genau. In Graphic 2 gab es dann noch wesentlich. Noch viel mehr ausgebaut. Mein Name war. Ähm. Socke. Weiß ich jetzt nicht, was das ist. Vielleicht so eine Art Verzauberung. Oder Sachen, die man einbauen kann in die Rüstung. Das sind hier so die Quests eben. Oder der Questlog. Missionslog auch. Laufende Mission. Erledigte Mission. Ähm. Toll. Soll ich, dass hier schon irgendwo steht. Geschriebenes. Rezepte sogar. Die werde ich also auch gemerkt. Audio Logs gibt es auch. Und Items. Also Missionsitems scheinbar. Okay. Und das hier ist die Karte. Äh. 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 Ähm. 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 Sie sieht groß aus. Ich weiß nicht, wie groß sie ist. Ob man sie die Graphic 3 Karte vergleichen kann. Ich hoffe die Mücke war jetzt nicht hier in meinem Zimmer. Sondern wirklich nur ähm. 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 Sie sehen. Oder ob sie eher. Äh. Von der Größe her. Vielleicht wenig klein. Als es hier auf die 3 Karte. Das hier scheint auf jeden Fall eine Wüsten Degen zu sein. Hier ist es relativ schön grün zum Großteil, wie es ausschaut. Hier sind schon wieder ein bisschen Schneegebiete. Hier ist auf jeden Fall ein kompletter Schneegebiet, wie man sieht. Und hier scheint eine Art Vulkangebiet zu sein. Sehr interessant, würde ich ja zumindest sagen. Und sehr groß. Und das ist ich. Also, der Charakter, den man spielt. Er wird bestimmt wieder namenlos sein. Außer eben vielleicht dieser Titel sozusagen. Die Bestie von Xanos, Sartos, irgendwie, was auch immer das jetzt war. Wie gesagt, den Namen der Welt habe ich mir jetzt auch nicht so gut gemerkt. Sorry. Aber ja, ihr habt jetzt auf jeden Fall die Vorgeschichte sozusagen einigermaßen erfahren. Auf die Welt ist eben Meteorit gestürzt. Die alte Welt war also doch schon technologisch fotografierend, wie ich dachte. Also, das ist nicht erst durch Elix jetzt technologisch auch schon gekommen, sondern Technologie, die man hatte. Weil nur noch durch das Elix konnte sie noch weiter verbessert werden. Oder eben mit Plasma, Waffen und so etwas. Oder auch eben Magie. Während, ähm, in der alten Welt sozusagen, das war auf jeden Fall in-game. Das wäre die ganz Standard-Krate-Tanke gewesen, die Bücke. Sonst, ähm, kann man wohl sagen, dass die alte Welt so ungefähr wie unsere jetzt momentan war. Das heißt mit Gewehren und sowas, also Schusswaffen, Kugeln und so weiter. Würde ich jetzt zumindest vermuten. Ähm, wir sind jetzt hier. Ich weiß übrigens nicht, wo wir abgestürzt sind. Auf jeden Fall, ja. Wir spielen sozusagen eigentlich sogar einen Alb. Ähm, wie man erklärt hat, dass Elix, ähm, beeinflusst natürlich, ist, wie gesagt, eine Tore. Ähm, und wenn man zu viel davon nimmt, kann es übelst, ähm, wie Charakter beeinflusst. Einige machen das dann zu so einer Art Addicts-Tombies, könnte man sagen, wie man da gesehen hat, im Intro, vom Artwork her. Andere, ähm, sind stärker sozusagen und werden nicht zu solchen Viechern, sag ich jetzt mal. Und, ähm, die, ähm, ja, die, äh, sind man sozusagen Elite-Soldaten der Alps, könnte man sagen, oder überhaupt-Soldaten der Alps, schließen sich dann denen an, wobei, wissen nicht unbedingt, sie werden allerdings auf jeden Fall, die, die das übernehmen, werden Gefühlskäfer. Sozusagen, die haben, oder bekommen keine, oder eher, haben keine Gefühle. Wirklich. So kann man das wirklich sagen. Grupp. Ah, natürlich nicht. Quark klingt gut. Ich weiß nicht, ob das seriös ist. Genau. Quark. So soll es sein. Wir sind, ähm, in Eden, wie man sieht. Nur Stunden und 10 Minuten momentan. Natürlich spiele ich schon 10 Minuten. Ich erzähle ja 10 Minuten. Ich glaube, ich werde noch bald einen Cut machen. Ähm, ja. Ja, ihr seht es bestimmt auch, die Animationen sind recht schälzern. Verdammt, mein Schädel. Wenn ich überleben will, muss ich mich beeilen. Ohne eine geeignete Waffe bin ich erledigt. Ganz ruhig. Ich werde jetzt eigentlich auch nicht unbedingt mit storymäßigen Sachen anfangen. Ähm, nämlich erst mal weitererzählen. So, und, ähm, ja. Man selbst war ein Alp-Offizier sozusagen. Oder sogar ein Kriegsförst. Na gut, General würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber auf jeden Fall hochrangiger Alp waren wir. Wir zählten schon mit zur Elite der Alps. Ähm, die Alps sind sozusagen eine der, also die vierte Fraktion. Befürchtet muss ich die vierte Fraktion, sondern auch auf jeden Fall eine der vier Fraktionen, die um das LX, ähm, kämpfen. Weil ich sagen muss, das ist ganz gut gemacht, was wir jetzt nicht in Laufheben. Das habt ihr verdammt gut hinbekommen, und das einigermaßen kaufwürdig aussehen lassen. Keine bei jetzt. Dafür gebe ich euch ein Plus in seiner Animation. Vielleicht nicht so gut wie in Witcher 3, aber das kann man auch nicht vergleichen. Und das würde ich jetzt sagen, not bad. Thumbs up. Und ja, ich mag sowas. Wenn man das so machen kann, das ist, das ist ein Genuss. Das ist zum Beispiel das, wofür ich Final Fantasy XIV ein wenig, ähm, ich sag jetzt mal nicht hasse, aber, weil ich etwas angreide an Final Fantasy XIV, weil, es gab es in der 1.0 Version, dass die auch so leicht diesen Bogen schlagen, wie man das hier so schön sieht. Ich weiß nicht, ob das da hier nur wegen dem Hügel ist. Ich gehe mal kurz hier lang. Nein, das ist nicht nur wegen dem Hügel, das ist so. Ah, das sieht so irgendwie lustvoll aus. Okay, ich will nicht, wieso das ein. Ähm, ja, auf jeden Fall, es ist einfach schön, das so zu sehen. Ähm, ich mag solche kleinen Sachen. Die kleinen Sachen sind es, ob die es so ankommt, teilweise nicht. Ähm, auf jeden Fall, ja, er war scheinbar auch ein, also er war ein Alp. Was heißt die Scheinbar? Er war ein Alp. Dort oben wurden wir runtergeschossen, übrigens. Wohaha. Moment, dann kann man da vielleicht irgendwann am Buch standen. Man kann einen Jackpads hier haben. Jack. Man kann einen Jackpad hier haben. Ja, voll der Jackman. Genau. ein Jackpack, meine ich natürlich. Oder ein Jackgöttel, eigentlich eher. Siehs glaube ich eher aus wie ein Jackpack, was man bekommt. Ähm, und kann dann, nach oben fliegen. Das ist sozusagen, dann der richtige Sprung. Weil man hat hier keine Klettermechanik, man hat hier dann eben ein Jackpack und kann dann eben nach oben fliegen, oder zu klettern, sozusagen, in Anführungsstrichen. ist man immer noch nicht zu schlecht. Schwimmen kann man glaube ich auch. Bin ich mir unsicher, weil ich jetzt nicht genau... Hier haben wir jetzt Dingsbums. Kann man übrigens jetzt sehen. Waffe wegstecken. Das waren jetzt einfache Schläge. Mit Q kann ich dann eine Spezialfähigkeit machen. Okay. Ah, ich kann Holz abschlagen. Nice. Das ist nicht schlecht. Das sind, das sind, das sind auch hübsche Details. Ich hätte nicht gedacht, dass die da handeln. Das ist wirklich nicht schlecht gemacht. Ihre Perspektive ist ja natürlich nicht möglich. Ähm. Ich hätte auch einfach wieder auf 1 glaube ich drücken können. Ja. So. Jetzt sieht man natürlich auch die Metallstangen. Und wie es scheint, also ist jetzt die Frage, wie ist denn der überhaupt abgestürzt worden? Wen wurde er beschossen? Und so weiter. Es gäbe höchstens zwei Fraktionen, die, und das waren auch Energiewaffen, oder Plasmawaffen, sozusagen. Ich weiß nicht, ob es jetzt Energie oder Plasma ist. Eins von beiden. Ich würde eher sagen, Energiewaffen. Ähm. Und man muss sagen, es gibt nur zwei Fraktionen, soviel ich weiß, die Energiewaffen nutzen. Das wären zum Beispiel die Kleriker und die Alps. Ähm. Also entweder wurde er von den Klerikern abgeschossen, das wäre eine verfallene Fraktion. Oder er wurde von den Alps sogar abgeschossen. Das heißt, der Typ, den wir da gesehen haben, hat ihn vielleicht sogar verraten. Das kann auch möglich sein. Und ja, auf jeden Fall haben die Alps auch schon so eine richtig hohe Technologie, dass die jetzt schon Flugschiffe haben. Also, Flugschiffe. Flugzeuge, Energie, Jets, sozusagen, denke ich mal. Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass es Energie ist. Ich weiß jetzt eben nicht, ob es wirklich Energie ist. Und ja, GG. Nein, das will ich nicht. Nicht einfach GG sagen. Auf jeden Fall, ähm, ja, ich bin etwas müde. Vielleicht merkt man das gerade. Oh ja, ich hätte doch gehen. Ähm, ich tendiere dahingehend, dass er verraten wurde. Wenn man so sieht, ist es eigentlich auch die Vorgeschichte. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Er wird von seinen Alp-Leuten sozusagen verraten. Ähm, sehr wahrscheinlich zumindest, wobei ich das nicht grau weiß, aber wahrscheinlich von dem einen Typen, den wir da gesehen haben. Es gibt glaube ich keinen Dialog-Log. Könnte ich mal gucken, aber ich glaube nicht. Oh mein Gott, das schaue ich mir dann noch später an. Ach, wir haben sogar eine, ähm, Mission. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, und ja, ich werde übrigens morgen nochmal, also ich werde es nicht nochmal speichern, sondern morgen neu laden, damit wir schon nichts weiter auch genießen können. Ja, gut, der Wasserfall sieht natürlich nicht ganz so schön aus. Ja, gebe ich mal recht. Dafür ist der Fluster wieder besser gemacht. Ich meine, damit den Wasserfall hätte man gegebenenfalls auch besser machen können, aber sieht trotzdem eigentlich, meiner Meinung nach, relativ gut aus. Sieht eigentlich schon fast wie ein Vanillers treibend Wasserfall aus. War gemerkt, findet auch. Ähm, und ja, wurde anscheinend verraten. Der einer hat ihm dann einen schönen Schuss sogar gegeben. Bam. Er fliegt hier runter. Wie gesagt, das habe ich sehr an Gothic 1 erinnert, wobei dort, ähm, schubst man den Helden runter und er landet, ähm, in Wasser. Und schon schubst ihn dort auch von noch weiter höher, glaube ich, so runter, und er hatte außerdem eine Rüstung an, also ist klar, dass er das sehr wahrscheinlich auch überleben kann. Und den Schuss hat er ja scheinbar auch überlebt. Ähm, also die Rüstung scheint einiges auch abzuhalten. So, und ja, hier wurde er wiederum ausgeraubt. Die ganze Rüstung wurde ihm entwendet, vermutlich auch ebenso als Waffen, die er dabei hatte. Auch wenn man keine jetzt sah in der Cutscene. und ja, ähm, ich weiß gar nicht mal, ob er sich überhaupt noch an etwas innen kann, oder ob er jetzt an die See leidet. Das werden wir dann sehen, wenn ich mal. Auf jeden Fall dürfte er recht gefühlskeil sein, weil er ja sozusagen Alex-süchtig war. Das werden wir allerdings sehr wahrscheinlich auch noch sehen. Und momentan, ja, ja, auch so, mehr Rüstung dort. Sonst hatte man es in diesem so gemacht, dass man nur eine Rüstung hatte. Meistens. Ebenfalls. Und in Gothic 3 hatte man noch Häme. Und Wissen auch. Ähm. Speichert wieder. Ja. Also es hat einen relativ interessanten Anfang. Man würde sozusagen verraten hier. Also hier ist es wirklich ein Verrat, wenn man zu der Fraktion gehörte. in Gothic 1 wissen wir, dass man sozusagen ein Gefragener ist. Ähm. Und wir würden irgendeinen Scheiß angestellt haben. Man bekommt hier noch nie wirklich heraus, was man angestellt hat. Ähm. Hier hat man eigentlich gar nichts angestellt. Hier wurde einfach abgeschossen. wenn man sehr wahrscheinlich irgendwie doch eine Aufgabe nachkriegt. Und weiß nicht ob die D-Taste gerade gekommen. Bum. Spring höher. Geht leider wirklich nicht. Oh. Geht doch. Er kann höher springen. nicht schlecht. Oder weiter zumindest. Ähm. Es war jetzt für mich sowieso es würde jetzt sogar hinfangen zu schauen. Das ist auch nicht schlecht gemacht. Auch noch ein Pluspunkt für E-Spieler dabei jetzt. Ähm. Und ja. das liegt vielleicht auch daran wo wir mit der Brust hinschauen. Wenn wir dort hinschauen dann schaut er auch dort sozusagen. Verstehe. Aber trotzdem nicht schlecht gemacht. Und ja. Viel mehr gibt es da jetzt erstmal nichts zu sagen. Außer dass wir dann wohl morgen oder ich dann morgen sehe und ihr auch. Ihr werden Zuschauer. wie es dann weitergeht nachdem wir hier verraten wurden und jetzt in einer Art kleinen Tal gelandet ist. Minen Tal Nein. Minen Tal werden größer. Ähm. Ja. Deshalb sage ich mal. Ich weiß es ist jetzt kein Gaping mit dabei. Es wird wieder Achso ich wollte ja nicht speichern. Stimmt da war was. Ähm. Ich weiß es wird wieder ein toller erster Anfang. Krieg in sein erster Anfang sozusagen. Ich werde es in der Beschreibung natürlich dann hinschreiben weil ich wieder einfach mal Nostalgie Moment hatte sozusagen und ja vielleicht so wir dann schon gleich zum Intro wieder in der Videobeschreibung was zeigen Ich habe glaube ich bis zu 30 Minuten mindestens so wie quasi jetzt 40 bis 45 Minuten jetzt quasi ich ja immer noch Wobei man hier wenigstens schönes Wetter sehen kann und die beiden bewegen sich und Radiostation Satelliten Station irgendwas auf jeden Fall also den Tor meine ich jetzt ja wir sehen das auf jeden Fall beim nächsten Mal ja es geht schon ist in Ordnung ähm sorry das war ein Aufschlusser stehen jetzt gerade übelst die Autospeicherung das war nicht schlecht zumindest wenn das jetzt nicht viel auf Speicher also Festplatten Speicher noch frisst und ja danke für die die den stream geschaut haben einfach nur danke fürs zuschauen wie gesagt ich werde in der Videobeschreibung bestimmt noch die Minute angeben an der das Gameplay sozusagen oder zumindest das Intro losgeht und ja es ist dann ihr wollt mir natürlich zuhören wie ich die Geschichte von Piranha Beizen wiederhole auf jeden fall weil ich jetzt auch müde bin und das schon eine Stunde jetzt war ungefähr danke ich nochmal fürs Zuschauen oder für Schauen hoff ihr schaut auch das nächste Mal rein sei es nur Alex Stream oder Video oder Divinity oder andere Spiele die ich auch noch habe und ja wer es euch gefallen hat den doch gerne einen Kommentar lassen und ja Comment ich brauche jetzt nicht unbedingt ein Like oder so was wie gesagt ich war das sehr hobby mäßig aber über einen Kommentar würde ich mich schon mal freuen gerne auch über einen negativen Kommentar ich weiß einiges ist auf jeden Fall bezigfähig und ja also wie gesagt wenn es euch gefallen hat danke nicht danke ich hoffe dass es euch gefallen hat und sonst sowohl wenn es euch gefallen hat als auch wenn es nicht gefallen hat gerne anderen kommentar kommentare kommentare unter das video so schreiben sei es nun so etwas wie ja geht oder also das gehe besser spontaner sozusagen ich merke das schon ich denke noch ein bissel zusätzlich nicht aber auch spontan ich relativ spontan wieder wieder und ja also danke fürs zuschauen wir sehen uns beim nächsten streamer video und gerne kommentare das sei es kritik oder andere aber kommentare würde ich gerne mal sehen bis dahin tschüss 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 tschüss